Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Season 3 fängt heute Abend an. Es ist Patch Day, Leute. Und weil Season 3 beginnt, heißt es auch, Season 2 wird beendet. Und wie letztes Season will ich ein Video machen für die ganzen neuen Spieler unter euch, die nicht wissen, was jetzt passiert mit eurem Seasonal-Charakter. Das war auch für mich damals eine schwierige oder eine interessante Zeit, als es für mich das erste Mal hieß, dass Seasonal vorbei war und alles in Eternal geschoben wird. Und ich wusste auch nicht so ganz, was bedeutet das und welche Fallstricke und auf welche Sachen man achten sollte. Und deswegen gehen wir das heute einmal durch. Also, wie ihr hier seht, sind wir hier in der Charaktererstellung oder in der Charakterauswahl. Und ihr seht, wir haben 12 Plätze insgesamt. Da ist schon mal der erste Tipp von mir, wenn ihr zu Season 3 alle Steckplätze hier voll habt, könnt ihr keinen neuen Charakter erstellen. Deswegen sorgt dafür, dass ihr hier mindestens einen Platz frei habt. Wenn ihr schon ein bisschen für die Season 4 sorgen wollt, dann könnt ihr auch schon die Charakter löschen, die ihr vielleicht doppelt habt oder die ihr in der Zukunft nicht mehr braucht. Ich, für mich, mache das so, ich behalte im ewigen Reich ein bis zwei Charakter. Ich habe hier aktuell zwei Druiden, davon werde ich sicherlich einen löschen, weil ich auch noch einen neuen Druiden von der Seasonal mit dazu nehme. Und alle anderen Charakter kann man eigentlich löschen, wenn man nicht vorhat, im Eternal weiter zu spielen. Bedeutet, wenn ihr jetzt die ganze Season Ball Lightning gespielt habt auf Magier und ihr weiterhin diesen Charakter in der Zukunft spielen wollt, dann löscht ihr nicht. Aber seid euch klar, ihr könnt damit keine Season mehr spielen. Euer 100er Charakter von Season 2 wird rüber geschoben in den ewigen Realm und dort könnt ihr dann auch nur die ewigen Sachen spielen. Und keine Seasoner Sachen bedeutet, alles was mit der Season zu tun hat, könnt ihr mit den Charakter, die ihr jetzt gerade zur Verfügung habt, nicht spielen. Für alle unter euch, die noch nie eine Season gespielt haben und jetzt quasi die erste Season mit Season 3 erleben, ganz wichtig, dass ihr hier oben diese Ansehenspunkte voll habt. Diese untere Reihe, die bleibt nämlich für immer. Wenn ihr die auf einem Charakter einmal freigeschaltet habt, dann sind die auf allen Charakteren, die ihr neu erstellt, immer verfügbar. Das ist also eine ganz wichtige Sache, dass ihr auf einem Charakter einmal alle Gebiete entdeckt, ein paar Nebendanges macht, alle Wegpunkte, Stützpunkte und halt so viele Ansehenspunkte sammelt, dass ihr einmal in jedem Gebiet auf die fünfte Stufe kommt, damit ihr diese Aufgaben nicht in Zukunft nochmal machen müsst. Das war früher anders, früher musste man das immer und ständig und auch zu Season 1, es war eine Plage, ich will da gar nicht mehr drüber nachdenken. Jedenfalls, macht das einmal fertig und dann habt ihr das für immer und müsst das dann nie wieder machen. Ist eine sehr wichtige Sache, wie ich finde, wenn man in eine neue Season rein startet. Noch eine wichtige Frage ist, welche Gegenstände werden überhaupt übernommen in den ewigen Grime? Gibt es auch irgendwas, das wegfällt? Und ja, das gibt es. Es gibt ein paar Dinge, die wegfallen. Erstens, die Schlachthausträne aus Season 2 fällt weg, das heißt, Träne des Blutes, die Glyphe, die mit Schlachthaus von Zier dazugekommen ist, die wird komplett wegfallen, diese hier. Das bedeutet, wenn ihr euren Charakter weiter spielen wollt, dann baut euer Paragon Board schon mal entsprechend um, weil die Glyphe wird weg sein. Außerdem würde ich euch raten, falls ihr noch Siegel habt für das Schlachthaus, macht die kaputt, bevor heute Abend die Siese startet. Ich bin mir nicht sicher, was mit den Siegeln passiert, ob die wirklich kaputt gehen, ob ihr dafür jeweils nur ein Gold bekommt. Macht die vorher kaputt und besorgt euch das Siegelpulver. Falls ihr im Eternal irgendwann mal Siegel laufen wollt, habt ihr dann das Siegelpulver dafür. Und dann kommen wir wahrscheinlich zum Wichtigsten vom Wichtigsten und das ist die Truhe. Es ist nämlich so, dass eure Saisontruhe, die ihr hier seht, komplett von allen, ich meine, die ist ja eh für alle Charakter, aber von allen, also diese kompletten Truhen werden rübergezogen ins Eternal und dann habt ihr auf der ganz linken Seite einen weiteren Tab und dort werden alle Items untereinander aufgelistet. Außer diese vier Stück hier, die fallen auch wieder weg, das war ja auch wieder nur für die Season. Das heißt, der Wildheitspakt, Ewigkeitspakt, Göttlichkeitspakt und auch die Läuter der Säure werden nicht übernommen. Aber all eure Elixiere werden übernommen, die ganzen Endboss-Sachen werden übernommen, alle eure Unix, alle eure Uber-Unix, alle eure Aspekte, alle eure normalen Items, alles, was ihr in die Truhe packen könnt, wird übernommen, bis auf, wie gesagt, diese vier Seasonal-Sachen. Hier bin ich jetzt gerade auf einem ewigen Charakter und da können wir gerade mal in die Truhe gucken. Da seht ihr, die Truhe ist anders als das, was ich gerade auf der Season hatte. Ich habe hier keine Uber-Unix, ich habe eine, anderthalb Kisten voll mit Unix und für alle Spieler, die jetzt so wie ich Season 1 und 2 gespielt haben, können eigentlich alle Unix, Uniques aus dem ewigen Reim löschen. Warum? Weil es ja den neuen Gegenstandsmacht-Cap von 925 gibt und die allermeisten, die viel gespielt haben oder auch die Casuals, die in der Season gespielt haben und dort Uniques gesammelt haben, können eigentlich aus dem ewigen so gut wie alle Unix verkaufen oder zerstören, je nachdem, was ihr eher braucht, ob Schmiedematerialien oder Gold. Das werde ich auch hier einmal mit euch zusammen machen, weil alle Gegenstandsmacht 820 kann man eigentlich, wenn man später nochmal im Eternal spielt, nicht mehr gebrauchen. Deswegen werde ich die hier einmal alle zerstören. Was ebenfalls vom Seasonal in Eternal übernommen wird, ist, was ihr hier in eurer Tasche seht. Dort gibt es ja einmal Pflanzen, Erze, Häute, Monsterteile, Wiederverwertungsteile und auch Edelstrahlenfragmente und die werden auch komplett vom Seasonal in den Eternal reingeschoben. Außerdem, auch eine wichtige Information, bekommen wir zur nächsten Season, heißt heute Abend, einen neuen Truhensteckplatz. Das heißt, wir haben nicht nur 5, sondern auch 6. Ganz wichtig, den 6. müsst ihr mit Gold kaufen. Sorgt also dafür, dass ihr ein bisschen Gold parat habt. Wird wahrscheinlich so eine halbe Million oder eine Million kosten. Nicht, dass ihr heute Abend den Truhensteckplatz kaufen wollt und dann kein Gold mehr zur Verfügung habt. Ich habe jetzt hier zum Beispiel mal einen meiner ewigen Charakter Level 100 komplett nackig gemacht, habe alles in die Beutetrufe gelegt und werde, um Steckplätze frei zu haben für nächste Season, diesen den hier schon mal löschen. Das könnt ihr ganz einfach machen, indem ihr hier auf Löschen drückt. Da müsst ihr hier einmal den Namen nochmal eingeben und dann ist der gelöscht. Ihr müsst auch keine großartige Angst haben, weil ihr könnt auch das Löschen eines Characters, eures letzten Characters immer rückgängig machen. Bedeutet, wenn ihr jetzt nur einen Platz mehr machen wollt, könnt ihr den quasi als 13. auch hier drin lassen und das Löschen später auch wieder rückgängig machen. Wichtig ist halt, wenn ihr 12 von 12 habt, dann geht das glaube ich nicht. Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Habe ich noch nie ausprobiert, wie es bei 12 von 12 ist, einen gelöschten wieder rückgängig zu machen. Könnte sein, dass man dafür dann einen anderen löschen müsste. Weiß ich nicht. Schreibt es mal in die Kommentare, als wäre es, dass das von euch jemand schon mal gemacht hat. Aber so habt ihr auf jeden Fall hier immer die Möglichkeit, auch einen gelöschten Charakter nochmal zurückzuholen. Aber wie gesagt, es geht immer nur der, den ihr als letztes gelöscht habt. Und noch als allerletztes, hier wird das auch nochmal im Spiel gesagt, Saison endet. Ich nehme das Video einen Tag vorher auf. In 28 Stunden, hier steht 28 Stunden, das ist ja eine super Übersetzung. Und wichtig, dass wenn ihr den Battle Pass noch nicht voll habt, dann sammelt auf jeden Fall noch alles ein. Weil das verschwindet sonst auch. Ganz wichtig, dass ihr hier alles einsammelt. Vor allem an die ganzen Leute, die vielleicht den Premium Battle Pass geholt haben vor einem Monat. Und dann aufgehört haben zu spielen, aus welchen Gründen auch immer. Sammelt nochmal schnell alles ein, bevor es dann heute Abend alles weg ist. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen weitermachen und meine Charakter-Show mal alle löschen und aufräumen. Ich hoffe, wir sehen uns heute Abend. Ich werde natürlich den Start von der Season Livestream checkt da gerne mal Twitch ab. Ansonsten morgen die Highlights auf YouTube, wie der Start abgelaufen ist. Ich bin sehr gespannt, ob es alles gnat läuft oder ob es da ein paar Schwierigkeiten gibt und ob es ein bisschen holprig ist. Aber das werden wir dann alles heute Abend sehen. Seid gerne dabei, lauft auf Twitch. Ansonsten würde mich sehr über ein Follow freuen, über ein Like auf dem Video. Und sage zum nächsten Mal Leute, haut rein.